Ich lerne Deutsch. Nummer 10635 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn ich in der Natur bin, vergesse ich oft die Zeit. Es ist so schön hier. Apothekerinnen arbeiten in Apotheken, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Heute bin ich die Leiterin des Meetings. Alle sind anwesend. Wir beginnen sofort. Geduld ist nötig, um komplexe Rätsel und Denksportaufgaben zu lösen. Geduld ist nötig, um komplexe Rätsel und Denksportaufgaben zu lösen. Die junge Frau interessiert sich sehr für das Thema und hört aufmerksam zu. Die junge Frau interessiert sich sehr für das Thema und hört aufmerksam zu. Gibt es familiäre Belastungen oder Stressfaktoren, die sich auf ihre Gesundheit auswirken? Wir können uns in der Cafeteria treffen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gibt es die Leiterin des Meetings? Gibt es die Leiterin des Meetings? Gibt es die Leiterin des Meetings?